Hollerö, meine lieben Freunde! Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange Ich musste mein Rollo weiter hoch machen, ist mir grad so aufgefallen oder eingefallen, dass meine Cam ja dunkler geworden ist und ja, wir spielen weiter und betreten jetzt erstmal das Bad Everybody looks happy just to be here Whatever empty, good nobody can see my meltdown except for me Bist du sicher, dass es leer ist? Ich hab ja irgendwie nicht das Gefühl, ne? Graffiti Alles klar, Rachel Amber ist doch die, die entführt wurde oder nicht? BTF, wer macht sowas? Wer schreibt denn so einen Müll noch darauf? Rachel Amber is a bitch Was ist das? Das ist unter aller Sau, Alter Sowas geht einfach gar nicht klar Das find ich gut, das da Diese Poster muss Menschen um Sex zu haben haben Abstinenz macht das Herz liebevoller Du kannst ohne Sex lieben und lernen Zeit ist auf deiner Seite genau wie der gesunde Menschenverstand also nutze ihn Graffiti Kate twirkt für Gott Alles klar Menschen sind so gemein Ich bin gut zu fliegen Danke Okay Dann lass es mal laufen Oh, die haben einen coolen Spiegeleffekt drin Lass dich gegen Grippe impfen Lass dich gegen Grippe impfen bevor die Grippe dich erwischt Mach dich heute immun Alles klar Spiegel benutzen Waschbecken benutzen Spiegel benutzen Ich fühle mich, dass das Universum mich überall wo ich gehe heute Es hat alles angefangen mit dem Bizarro-Dream-Klass Am ich verrückt? Ja, es passt nicht Manu Was gibt's hier noch so? Nichts Außer Waschbecken Alles klar, nutzen wir das Waschbecken mal Just relax Stop torturing yourself You have a gift Fuck it When a door closes, a window opens Or something like that Okay, girl You don't get a photo op like this everyday Alles klar Erstmal ein Foto machen Das ist jetzt Ich habe einen Foto Und Ich habe einen Foto Ich habe einen Foto Du bist der Boss. Ich kann euch alle sagen, dass Nathan Prescott ein Punk-Geräusch ist, wie eine kleine Mädchen und spricht mit ihm. Du wirst nicht wissen, wer ich bin oder wer du mit bist. Wo hast du das gemacht? Was machst du? Komm schon, schau das Ding! Keine Ahnung, was zu tun! Ich bin so schwer, die Leute versuchen, zu kontrollieren mich! Du wirst in hellen mehr Probleme für das, als die Drogen. Keine Ahnung, dass du deinen Punk-Geräusch wirst. Geh das Geräusch weg von mir, Psycho! Nein! Alles klar! What? Von Licht zu Schmerz. Von Farbe zu Schmerz. Jetzt ist Kate wieder zu beschäftigt. Und wenn die Telefon die Viktorias ringt... Das ist echt. Oh, Scheiße! Kannst du mir ein Beispiel, wenn ein Fotografer das nicht glaubt, die menschliche Kondition in black and white... Nein, die Kamera! Oh! Wenn ich verrückte, dann könnte ich gerne gehen. Bueller? Diane, Arbus! Kannst du eigentlichen Zeitpunkt zurückkehren? Warum Arbus? Weil ihre Bilder von... Weil ihre Bildung von... Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich bin eine menschliche Zeitmaschine! Anyone? Max... Don't freak out! Not yet. There you go, Victoria! Warum Arbus? Haltet sie gemeint, ich soll jetzt kein Selfie machen? Okay. Äh... Was nehm ich? Muss zur Giulietto. Äh... So wohlzellende Informationen erhalten hast, die nützlichen... Achso, okay. Alter Umschalt. Äh... Alles klar. Alles klar. Muss ich jetzt eigentlich alles nochmal machen, was ich vorher auch gemacht hab? Um... Muss ich jetzt alles nochmal machen, was ich vorher auch gemacht hab? Okay. Kann ich mit dir reden? Ja. Entschuldigung. Nein, Viktoria. Entschuldigung uns. Ich würde niemals eine Fotografie verabschiedet werden. Ich würde nicht mit dir sagen, dass ich eine Fotografie verabschiede. Äh... Ja. Ich bin nicht sicher, dass ich eine habe. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin sicher, dass du ungefähr 1,000 PIX hast. Es dauert lange Zeit, um eine gute Idee zu finden. Max, nicht zu lange warten. Ah. Das ist ja cool. Alter. Alles klar, also ich glaube nur Sachen, die ich gemacht habe. Nicht wenn ich Sachen angesehen habe, sondern bestimmte Sachen, die ich getan habe oder mit Leuten geredet habe. Davon muss ich... Das muss sich ändern halt. Okay, ja gut. Also ins Badezimmer. Ich habe mit sonst keinem geredet, glaube ich. Nee. Einmal ins Badezimmer. Genau. Ich kann allen sagen sagen, dass Nathan Prescott ein Badezimmer ist, der wie eine kleine Mädchen und sich mit ihm spricht. Du wirst nicht wissen, wer ich bin oder wer du bist. Wie hast du das gemacht? Was machst du? Komm schon, lass das Ding runter. Ich brauche einen Schraub, um es zu öffnen. Die Leute versuchen, mich zu kontrollieren. Du wirst in hellen mehr Probleme für das, als Drugs. Niemand würde... ...jagern würde euren Badezimmer verhören, würde sie? Ich habe den Hammer ja schon. Ich habe den Hammer ja schon. Ah. Das ist okay, also man behält Sachen, die man aufgehoben hat, wie den Hammer zum Beispiel. Behalten wir, wenn wir die Zeit zurückdrehen. Das ist cool. Hm. Hey! Du hörst du das Alarm? Das bedeutet, dass du außerhalb bist. Ich musste den Badezimmer nutzen. Die Mädchen immer benutzen diese Entschuldigung. Entschuldigung? Entschuldigung für was? Für was du bist. Du wirst wunderschön. Du wunderschön ist in Angst. Der Alarm hat mich rausgezogen. Dann rausgekommen aus hier, Missy. Oder du siehst du was? Huh? Danke, Mr. Madsen. Die Situation ist unter Kontrolle. Es gibt keine Umgebung. Du wunderschön. Du wunderschön. Du wunderschön. Du wunderschön. Du wunderschön. Kann ich das jetzt auch vielleicht rückgängig machen oder so? Wie ist das? Die Situation ist in der Wunderschön. 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 Ich bin fast im Geist. Ich kann nie herausfinden, was er denkt. Er hat mich nicht. Ich bin leid. Du wunderschön. Ich bin ein bisschen schrecklich über meine Zukunft. Du wunderschönst. Das ist alles? Du wunderschönst. Du wunderschönst. Du wunderschönst. Du wunderschönst mit mir, Max. Oder hast du etwas falsch gemacht? Ist das überhaupt? Well, Max, talk to me. Uh... without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know, I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then... Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Sorry? So... Ah! Das ist ja voll das gute Livestream-Spiel, ey. Ohne Witz. Ähm... Ich glaube, ich lass's mal in der Entscheidung so. Lass ich's... Ich lass die so. Ich lass die Entscheidung so. Ganz einfach. Linke Mauskaste zum Sch... Okay. Ja. 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 Jetzt ist sie zu spät. Das war die richtige Entscheidung. Ich frage mich. Professor Prescott, bitte kommen Sie zur Frontoffice. Danke. Ja, es wäre irgendwie echt interessant zu wissen. Plakate, okay. Man kann nicht verstehen, so. Ich würde so da sein, wenn ein Sasquatch tatsächlich einen Razorback kämpft. Für die beste Pizza? Doch, 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 doch. Hayden, ansehen. Äh... Was ist die Vortex Club, eigentlich? Sieht so elitistisch. Ja, nur wenn du nicht cool genug bist. Und du wirst dein Resüme nicht. Wenn du so sagst. Ich glaube. Aber du solltest eigentlich kommen mit uns eine Nacht. Dann würde du nicht so entschuldig sein. Okay. Mhm. Ja. 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 Und sie war heiß. Alles klar. Ja. 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 Alles klar. Ja. 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 Oh. So there has to be a reason. And I have to find out why. Gets? Oh, wir haben wieder Sachen zum Lesen. Alles klar. Kann ich irgendwo... Okay, wir haben noch den Direktor. Nathan. David. Kann ich jetzt speichern irgendwie? Wir sind jetzt... Ach, gespeichert ist jetzt auf dem... ...Dings hier, wie es aussieht. Achso, und hier haben wir alles... Okay. Das sind die ganzen Daten, die wir bekommen haben. Kann ich jetzt irgendwas... Ah! Okay. Gut, ich hoffe, es ist gespeichert jetzt, denn ich beende jetzt die Folge hier. Und auch die Aufnahme-Session, sag ich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... ...das nächste Mal wieder. Haut da rein!